Weltpremiere in Berlin. Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2 feierte am Potsdamer Platz zusammen mit vielen tausend Fans Premiere. Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence erschien im gewagten Kleid und zeigte viel Dekolleté. Hollywoodstar Donald Futherland schrieb fleißig Autogramme für seine Fans. Und auch Liam Hemsworth ließ sich nicht lumpen und nahm sich viel Zeit für seine Bewunderer. Oscarpreisträgerin Julianne Moore erklärte im Interview, wie sehr sie die Schauspielerei fasziniert. Ich liebe es, Schauspielerin zu sein, weil ich Geschichten liebe. Als Schauspieler hat man das Gefühl, in ein Buch hineinzugehen. Man ist mittendrin und das wird niemals langweilig. Für die Stars war die Weltpremiere von Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2 fast schon ein Heimspiel. Denn viele Szenen des pompösen Science-Fiction-Fantasy-Streifens wurden in Berlin gedreht. Der Film startet am 19. November in den deutschen Kinos.